Musik Weil ich direkt aus hierna komme, hier ist eine super Studentenstadt, hier ist immer eine Menge los. Das ist nicht ganz so anonym wie jetzt an so einer riesen Uni. Hier ist es so, dass man gehört wird, was zu sagen hat. Weil der Praxisbezug einfach extrem hoch ist hier. Musik 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 Musik